So, nach wie vor hier mit diesen ganzen Klonen, die auch uns schießen und uns schnitzeln wollen und fast nicht gesehen. Ich bin mir nicht sicher, was wir machen müssen. Ich glaube, an sich theoretisch die Leute halt alle abschießen, oder? Warum ist mir die Tito eigentlich? Das schmuckt wir auch machen. Junge. Wo ist der? Weißt du, der letzte? Ja? Was geht ab? Kommt hier rein. Das ist ja cool. Für a special move. Kinder, so muss ich hin. Hier? Ja? Kommt hier rein. Irgendwo gucken hier noch Leute rum. Kannst du? Leute. Juhu. Juhu. Du seid da. Du kannst. Irgendwo oder was? Die E-Mails. Ja? Passt das jetzt? Hä? Hier passiert nichts. Hier sind keine Leute mehr. Wie kann man da jetzt rennen? Kann der nicht einfach die Tür aufmachen? Wie geht es weiter jetzt? Die Tür ist nicht offen. Ich werde die Tür hier drinnen auch nicht offen. Ne, das ist nur noch eiskalt zu. Yo, Dad-Boo, ich brauche mal eine Info. Wo, wo ich jetzt hin muss? Ah, also... Hm... Schon bis zum Blick. Bis zum Blick. Wie jetzt? Kommst du hoch? Ne, kommst du nicht! Wieso kommst du nicht hoch? Wieso kannst du... Ach, Dad-Boo! Dad-Boo! Warte ich rein! Ach, Leute! Echt, echt, das ist mal ohne Spaß. Wo muss ich hin? Was ist das hier? Warum ist hier kein Arsch mehr? Dad-Boo sagt mir aber auch nicht, ne? Ja, der sagt denn nicht, ja, geh mal da hin. Oder mach mal dies. Ja, cool! Hier... Ich bin gerade echt auf dem Schlauch. Ich denke noch die Puppen stehen mit, ne? Komm, schrink aufs Auge. Aber wo wir jetzt hin müssen? Hallo! Hier hin! Wie viel... Ah, oh! Oh, echt? Warum nimmt der sich selber immer chamt? Das ist immer so... Ah! Ach, ja... Hier haben wir alles mit. Kein Ding. Haben wir schon extrem verbessert. Geht gar nicht besser. Okay. 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 Ich bin wieder. Ah! My killing muscles are starting to get tired. How many more of these stupid clones are there? Just enjoy the simplest slaughter! Yes, yes! Ja, das Elbe passt hier ja sehr stark an Sie. Der will, my cry, und so. Wo du ja nur am Schnellzimmer bist. Ach, das ist hier gerade nicht mehr drin. Yep! That was a rocket launcher in my pocket. Geht's hier rein? Hier, von hier kommen wir doch. Hm, warum müssen wir nicht hin? Ich bleib da... Ich bleib da nicht runter. Aber kommen wir nicht von unten. Ja, 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 ja. Jetzt hat die Waffen geschnitten. Ich bleib da nicht. 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 Obliterate this abomination! What? There's more? Sweet mama! It's an orgy of destruction and chaos! Wow! Wish I had a third hand with my other gun! Waffe... Do not fail me, clones! How can this be? Clones attack! Heads up, großploty, guys! Yay! Batabooos! Be careful! Yes, be careful. Cuz I have to super clean. Woohoohoo. Now that was a whole lot of... Oh my god, here come more! Oh! 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 Da kommt Kinnas! Kinnas? Oh! 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 Hey! Does it smell funny to you? There can't be any more to kill. And okay! Here they come! How many of these bad boys have we killed? I lost count! Cape of Comments sent us down! Oh! Oh! By the way! Oh! Oh! That's melee! What the hell? Lass die Klappen. Nur Klappen viel. Halt ich doch mit Sammy. Warte, ich muss hier mal gucken. Vielleicht haben wir noch. Ich bin sehr selbstskehtisch. Jetzt habe ich ihn. Ja, es ist ein Knopf. Ich bin ziemlich süß. Der ist jetzt verdammt vorbei. Geht jetzt endlich mal die Tür auf, verdammt. Oh, ich zieh schon wieder. Ich bin... Whatever! Diese clothes are gonna get home! At least the new Blockbuster smells better. Oh. Komm her! Komm her! Junge! Das war der Neue. Das ist doch endlich mal. Ich bin... Ich bin... Das war's. Das war's. Oh, nein, nein, nein! Das ist doch nicht. Nein, das ist doch nicht. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Wie bist du denn? Komm her! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das ist die Schlosserbühne oder was? Oh, wie viele noch? Arsch! Der hopft doch nur rum hier! Was macht denn der? Was ist denn die anderen? Oh, wie viele kommen denn hier? Also, Falle! Oh, wie viele kommen denn hier? Also, Falle! Oh, wie viele kommen denn hier? Also, Falle! Also, Falle! Also, Falle! Also, Falle! Also, Falle! Was ist das denn da? Nein! 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 Oh! Keiner! Kann mir noch waschen! Kann mir noch waschen! Kann mir noch waschen! Kann mir noch waschen! Keiner! Ich hab keine Mission mehr! Ja, und... Vielleicht sollte ich mal das... Okay, 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 okay... Salt? Oh Gott! Ist es jetzt vorbei? Oh Gott! Nein! Nein! Okay! 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 Ich hab keine Ahnung! Okay! Deadpool! Du bist ein Repugnant! Revolte! Disgusting Abomination! Mit keinem Platz in diesem Weltall! Hier sind wir, Moment der Wahrheit! Kannst du in die Wahrheit? Ich war nicht sicher, wie du es tun, aber ich muss sagen, du sie es verbringst! Wir haben es verbringst! Wir machen ein tolles Team! Wir bringen uns zu teilen... Wir müssen das machen! Wir müssen das immer oft machen! Wir haben es besser für die Spiel gemacht, wenn wir es so gemacht haben! Wir haben es so gemacht! Du sie bist glücklich! Du siehst, du siehst, wir haben alles zu tun! Wir machen uns zu tun! Du siehst! Oooo! 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 Hey, you did it buddy! Look, I know we've had our differences, but... Look, I'll admit it, the game rocks! You rock, pal! Pal? And I hate to admit this, but we're actually not that much over budget. I didn't want to tell you that before, but now that the game's over... Hey, Peter! Uh, yeah? Get your checkbook ready. No! You're going over budget, dammit! Oh Gott, das war doch ein Hammerspiel schlechthin und das ist so, so geil und einfach nur gemacht. Erstens dieser Held, ja, wie er mit ihr kommuniziert, wie er mit sich selbst kommuniziert, wie er mit allen anderen irgendwie quatscht. Das war der Wahnsinn, aber es war nicht sehr lang, aber es war einfach echt richtig, richtig geil. Also haben wir keine Spiele. Was ist denn der Produktion, Babys? Also echt Däumchen hoch, Leute. Ich bin gespannt, vielleicht kommt noch irgendwas, deswegen warte ich jetzt noch. Homicile. Ich weiß nicht, was das heißt. Crib. Ja, crib. Like, where we live. Wer ist hungry? What the fuck just happened? Who wrote this song? We can save this shit. It's clear. Okay. Deadpool. 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 Oh Gott. Deadpool. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen zu Deadpool, wer sich's denn tun will. Ey, nur zu. Es lohnt sich wirklich. Von daher, danke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Spiel. Ta-da. Ja, da.